Liebe Studierende, willkommen zur dritten Videoübung des Semesters zum Thema Induktion in einer Leiterschleife. Mit dieser Übung setzen wir uns mit dem Induktionsgesetz auseinander. In der Vorlesung als Grundversuch des Induktionsgesetzes haben wir gesehen, dass die Bewegung eines magnetischen Feldes, wie ein Permanentmagnet relativ zu einer Spule, zu einer induzierten Spannung führt. Hier betrachtet man umgekehrt eine relative Bewegung einer metallischen Schleife zu einem äußeren Magnetfeld, dargestellt hier durch die magnetische Flussdichte B. Die Schleife definiert eine Fläche. Sobald die Feldlinien des magnetischen Feldes die Fläche der Schleife durchsetzen, entsteht ein magnetischer Fluss. Wenn der magnetische Fluss als Funktion der Zeit sich verändert, misst man an beiden Enden der Schleife eine Spannung, eine sogenannte Induktionsspannung nach dem Induktionsgesetz. Gesucht ist hier der Verlauf dieser Spannung als Funktion der Zeit in dieser dargestellten Situation, nämlich wenn die Schleife relativ zum Magnetfeld mit einer konstanten Geschwindigkeit längs der x-Achse sich bewegt. Im ersten Schritt berücksichtigen wir das Zeitintervall von d gleich 0, unsere Anfangssituation, bis d1 gleich b minus a, b minus a geteilt durch v. Wobei eben v die Geschwindigkeit der Schleife längs der x-Achse ist. Das heisst, wir betrachten ein Zeitintervall, bis die Schleife die Lage b erreicht, auf der Achse, wo das Feld b beginnt. In diesem Zeitintervall ist der Fluss gleich 0, das heisst, man misst keine Spannung an die Schleife. Also, der magnetische Fluss ist allgemein definiert als Skalarprodukt zwischen magnetischer Flussdichte b und Fläche a. Hier ist die Fläche der Schleife gemeint, aber in diesem Zeitintervall b ist überall 0, das heisst, der magnetische Fluss ist 0. Somit die induzierte Spannung gleich minus der zeitliche Ableitung des magnetischen Flusses, dann ist das auch gleich 0. Schritt 2 Im zweiten Intervall von d1 bis zum Zeitpunkt d2 gleich d1 plus l durch v wird die Schleife im Magnetfeld eindringen. Das heisst, es gibt in diesem Zeitintervall eine Variation des magnetischen Flusses. Der Fluss berechnet sich hier als phi als Fluss ist gleich b mal h mal v mal d minus t1. V mal d minus t1 ist die effektive Breite der Schleife, die sich im magnetischen Feld bereits befindet. Und die induzierte Spannung u ist dann hier minus b mal h mal v. Schritt 3 Von d2 bis zum Zeitpunkt d3 gleich c minus a geteilt durch v. In diesem Zeitintervall wird die rechte Kante der Schleife am rechten Rand des magnetischen Feldes ankommen. In diesem Zeitintervall ist die magnetische Flussdichte durch die Fläche der Schleife überall konstant und somit auch der Fluss. Das heisst, der magnetische Fluss ist hier gleich b mal h mal l. Und somit die induzierte Spannung ist gleich 0. Der Fluss ist zwar verschieden von 0, aber endet sich nicht mit der Zeit. Ähnlich wie im Teil 1 ist die induzierte Spannung gleich 0. Schritt 4 Von d3 bis d4 gleich d3 plus l durch v erleben wir eine ähnliche Situation wie im zweiten Schritt. Das heisst, der Fluss endet sich mit der Zeit. Im zweiten Schritt gab es eine Zunahme des Flusses von 0 an. In diesem Schritt 4 gibt es eine Abnahme des magnetischen Flusses vom Anfangswert b mal h mal l. Das heisst, Fluss ist hier b mal a mal l minus b mal a mal v mal t minus t3. Und somit die induzierte Spannung u ist gleich b mal h mal v. Wie im Schritt 2, aber wie erwartet mit dem umgekehrten Vorzeichen. Schritt 5 von d4 bis d5 gleich d minus a gedeiht durch v. In diesem Zeitintervall wird die rechte Kante der Schleife bei d ankommen. Hier wiederholt sich die gleiche Situation wie im Teil i. auch weil der Abstand zwischen c und e grösser als l, nämlich die Breite der Schleife ist. Das heisst, der Fluss ist 0, sowie die induzierte Spannung. Mit dieser Aufgabe konnten wir uns von der Tatsache überzeugen, dass eine induzierte Spannung bei einer Änderung der Zahl der Feldlinien, die eine konstante Fläche durchsetzen, erzeugt wird. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die nächste Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die Videoübung mit Ihnen. Ich freue mich auf die Videoübung mit Ihnen. 4 www.gibus-rollo-d4-d5-d5-d6-c H